Immobilienmakler für Bremen und Umgebung Telefon 0421 3770 321 0info at striebling-immobilien.de Immobilienangebote Ich möchte verkaufen Google Bewertungen 4.9 Sehr gut basierend auf 50 plus Bewertungen Erfahrenes Team Modernste Vermarktung Kostenlose Immobilienbewertung Rundum Service Paket einfach Gut verkaufen Erfahrungen und EMP Bewertungen zu Striebling Immobilien Herzlich willkommen bei Striebling Immobilien, Ihrem Immobilienmakler in Bremen Möchten Sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen? Hier finden Sie aktuelle Angebote Oder möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen? Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Rundum-Sorglos-Paket beim gesamten Verkaufsprozess zur Seite von der Erstberatung bis zur finalen Unterschrift beim Notar Sie erhalten alle Leistungen aus einer Hand und profitieren von einem persönlichen Ansprechpartner Rufen Sie uns einfach an und wir beraten Sie gerne unverbindlich, umfassend und individuell Wir freuen uns auf Sie Ihre Vorteile im Überblick Langjährige Erfahrung und beste Marktkenntnis Persönliche Beratung Komplett Service mit Wertbestimmung Professionelle Vermarktung Großes Partnernetzwerk Immobilienmakler Bremen Erwin Striebling Erwin Striebling Inhaber Und EMP Makler in Bremen Twitter Instagram Facebook LinkedIn Das sagen Kunden über Striebling Immobilien Play Video About Thumbnail Kunden berichten über Immobilienmakler Video abspielen Striebling Immobilien Hat 4,91 von 5 Sternen 175 Bewertungen auf provenexpert.com 0421 3770 3210 jetzt anrufen EDA-Siegel-2023 Kundenauszeichnung Erwin Striebling Immobilienmakler Kundenbewertungen und EMP Erfahrungen zu Striebling Immobilien Mehr Infos anzeigen Kundenbewertungen und EMP Erfahrungen zu Striebling Immobilien Mehr Infos anzeigen Unser Leistungen Ein rundum sorglos Paket Für Ihre Immobilie lehnen Sie sich entspannt zurück und vertrauen Sie auf unsere Expertise Immobilienmakler Bedarfsgerechte Beratung Bedarfsgerechte Erstberatung Gemeinsam besichtigen wir Ihre Immobilie, analysieren Vorteile sowie mögliche Einwände und ermitteln deren aktuellen Marktwert Zudem stehen wir Ihnen gerne zur Beantwortung all Ihrer Fragen zur Verfügung und planen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen den optimalen Zeitpunkt für den Markteintritt und entwickeln eine maßgeschneiderte Vermarktungsstrategie Immobilienmakler Verkaufsvorbereitung Vorbereitung des Verkaufs Wir kümmern uns um die Zusammenstellung erforderlicher Unterlagen und übernehmen den Gang zu Ämtern u. Behörden Zudem lassen wir den beim Hausverkauf notwendigen Energieausweis erstellen und Zwecksberechnung der Wohnfläche Ihr Haus oder Ihre Wohnung vermessen Bei Bedarf bieten wir zusätzliche Dienstleistungen wie Entrümpelung, Haushaltsauflösung und Homestaging an Immobilienmakler Modernste Online-Vermarktung Vermarktung Online und Offline Wir erstellen ein modernes Web-Exposé mit professionellen Bildern von einem Architekturfotografen Zudem fließen in das Exposé auch der Grundriss in 3D, sowie eine aussagekräftige Immobilienbeschreibung mit ein Im Anschluss vermarkten wir Ihr Eigentum für maximale Sichtbarkeit auf allen relevanten Portalen Immobilienscout24, Immowelt, Immonet und Social Media Immobilienmakler, Besichtigungen Besichtigungen telefonischer als auch Anfragen per E-Mail potenzieller Kaufinteressenten werden zügig und zu fast jeder Tageszeit beantwortet und die interessierten Kunden werden von uns vorqualifiziert Wir planen Besichtigungstermine und führen diese durch, auch am Wochenende Sie werden von uns stets über alle wichtigen Entwicklungen rund um Ihr Eigentum informiert Immobilienmakler Kaufpreisverhandlung Kaufpreisverhandlung Wir gehen persönlich auf etwaige Einwände ein Darüber hinaus verfügen wir über ein Netzwerk von Finanzierungspartnern und zuverlässigen Handwerkern in der Region auf das wir zurückgreifen können, um bei Bedarf passende Kontakte zu vermitteln Parallel prüfen wir die Bonität potenzieller Käufer und verhandeln für Sie mit den vorhandenen Interessenten den bestmöglichen Preis Immobilienmakler, Notartermin und Emp, Übergabe Notartermin und Emp Übergabe mit einem Notar bereiten wir einen rechtssicheren Kaufvertrag vor, der alle besprochenen Vereinbarungen korrekt formuliert Gemeinsam gehen wir zum Notartermin und begleiten Sie bis zur Kaufpreiszahlung Sie müssen lediglich Ihre Unterschrift setzen Auch nach der Abwicklung sind wir für Sie bei allen Fragen da und organisieren die Schlüsselübergabe Immobilienbewertung für Bremen und um zu Was ist meine Immobilie aktuell wert? Online-Marktwerteinschätzung 100% kostenfrei und unverbindlich kostenlose Immobilienbewertung Erfolgreich vermittelte Immobilien in Bremen 01, unterstrich verkauft Bremen-Sebaldsbrück Solide Eigentumswohnung nahe der Weser 28309, Bremen 67,81 Quadratmeter 2,003,001,00 Wild-1 Bremen Osterholz, vermietetes Zweifamilienhaus in guter Lage 28327, Bremen 206,24 Quadratmeter 6,008,00, 3,00762,00 Quadratmeter Bild-1 Bremen Oberneuland, verträumtes Einfamilienhaus in parkähnlicher Umgebung 28.355, Bremen 157,94 Quadratmeter 1,004,001,001,108 und 70,00 Quadratmeter Provenexpert Kundenbewertungen Striebling Immobilien 4,91 von 5, sehr gut 175 Bewertungen 100% Empfehlungen Kundenservice sehr gut 5,00. Preis, Leistung sehr gut 5,00 Mehr Infos Top Kompetenzen, Bedarfsermittlung, Situationsanalyse, Lösungswege jetzt kostenlos beraten lassen, kostenfreie Ratgeber und Checklisten für Immobilieneigentümer profitieren Sie von unserem Know-how als langjährige Top Makler in Bremen. Wir bieten Ihnen kostenlos eine breite Palette an Ratgebern und Checklisten zum Download an. Erhalten Sie wertvolle Informationen zu Themen wie energetischer Sanierung, präziser Immobilienpreisermittlung und praktischen Checklisten für einen erfolgreichen Immobilienverkauf. Ratgeber energetische Sanierung Ratgeber richtiger Immobilienpreis Checkliste wichtige Verkaufsunterlagen zu den Ratgebern zu den Checklisten Google Bewertungen 4.9, sehr gut basierend auf 50 plus Bewertungen erfahrenes Team. Moderne Immobilienvermarktung, marktgerechte Wertermittlung rund um Service-Paket Striebling Immobilien, Ihr Experte für den Bremer Immobilienmarkt als regionale Immobilienmakler Bremen, kennen wir dank unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Immobilienvermittlung und regelmäßigen Analysen den aktuellen Markt. Deswegen finden Sie auf unseren Seiten auch eine Vielzahl aktueller Immobilienangebote. Möchten auch Sie Ihre Immobilie modern und überzeugend bewerben? Wir sorgen gerne für einen optimalen Markteintritt in Bremen, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Preis. So finden wir auch den passenden Käufer für Ihre Immobilie. Unsere zahlreichen zufriedenen Kunden stehen für unsere Qualität und Zuverlässigkeit. Werfen Sie einen Blick in unsere Referenzen und in die Bewertungen unserer Kunden. Um sich selbst zu überzeugen, oder lassen Sie sich persönlich beraten. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir stehen Ihnen jederzeit rund um Ihre Immobilie mit Rat und Tat zur Seite. Ihr Profi für Wohnimmobilien in Bremen und Umgebung. 0 4 2 1 3 7 7 0 3 2 1 0 jetzt anrufen. Häufig gestellte Fragen. Wie finde ich einen kompetenten Immobilienmakler? Was sind die aktuellen Trends auf dem Immobilienmarkt in Bremen? Wie hoch sind die durchschnittlichen Preise für Immobilien in Bremen? Welche Prognosen gibt es für die Entwicklung der Immobilienpreise in Bremen? Welche Kosten erwarten mich beim Hauskauf? Welche Art von Immobilien bieten Sie an? Unterstützen Sie auch bei der Vermietung einer Immobilie? Was muss ich beachten, wenn ich eine Wohnung miete? In welchen Stadtteilen von Bremen bieten Sie Häuser und Wohnungen zum Kauf und Miete an? Mitte Mitte Häfen Süd Neustadt Oberwieland Huchting Woltmershausen Seehausen Strom Ost Östliche Vorstadt Schwachhausen Wahr Hornlehe Borgfeld Oberneuland Osterholz Hemelingen West Blockland Finnndorf Walle Gröpelingen Nord Burg Lesum Wegesack Blumenthal Wir sind in folgenden Postleitzahlengebieten tätig 28195 28197 28199 28201 28203 28205 28207 28209 28211 28213 28215 28217 28219 28237 28239 28239 28259 28277 28279 28279 28307 28307 28309 28325 28325 28329 28355 28329 28355 28356 28357 28359 28719 28719 28755 28755 28757 28757 28759 28777 28777 28779 28779 28777 724 Logo Ihr Immobilienmakler in Bremen. Striebling Immobilien Sie finden das Büro von Striebling Immobilien in 28.209 Bremen Schwachhausen. Leicht zu erreichen mit dem Auto aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Striebling Immobilien Schwachhauser Herrstraße 108 28209 Bremen Telefon 0421 3770 321 0 oder 0421 28 02 69 44 E-Mail. Info at striebling-immobilien.de Internet HTTPS striebling-immobilien.de Schrägstrich Folge uns. Facebook F Instagram YouTube LinkedIn Informationen Makler Netzwerk Unser Einzugsgebiet Bremer Stadtteile Immobilie Verkaufen Haus Verkaufen Wohnung Verkaufen Rechtliches Impressum AGB Datenschutzerklärung Öffnungszeiten Sonntag 9 Uhr bis 20 Uhr Uhr Montag 9 Uhr bis 20 Uhr Dienstag 9 Uhr bis 20 Uhr Mittwoch 9 Uhr bis 20 Uhr Donnerstag 9 Uhr bis 20 Uhr Freitag 9 Uhr bis 20 Uhr und Nachvereinbarung